hey jo was geht freunde hier ist euer rap Marek und ich zeig euch heute wie ihr mit euren besten kumpels chillen könnt nein damit meine ich natürlich nicht die real life kumpels oder die gta kumpels nein ich meine die polizei hier eure besten freunde bei gta glaube ich ich zeig euch heute wie ihr die ordentlich abknallen könnt euch richtig geil rechnen können an denen und dass sie euch abknallen zunächst ihr braucht natürlich erstmal sterne ohne sterne macht das ganze kein spaß ihr müsst erstmal jemanden abknallen polizei abknallen oder keine ahnung erstmal ein paar explosionen hier veranstalten und dann müsst ihr zu dieser location hier hin und zwar ist das ganze hier bei morse merchel hauptquartier und bei dieser baustelle von diesem hochhaus hier was nicht fertiggestellt wurde und dann müssen natürlich über diesen zaun hier klettern ich sag euch jetzt vorweg ihr könnt das ganze nicht mit euren ganzen tun zusammen machen ich denke mal mehr als zwei personen passenden hinter diesen zaun nicht rein wenn ihr das gemacht habt sollten euch diese polizei nicht angreifen können oder abknallen können beziehungsweise von nahe geht das gar nicht und bei helikopter bin ich mir jetzt nicht 100 prozent sicher ob das ganze so funktioniert ich hoffe euch hat das jetzt gefallen und ich hoffe dass mir natürlich ein abo und ein like da dann auch rein